Wir machen euch einen Blick auf, sie kommt noch rein. Hi. 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 Willkommen zurück in meinem Leben, mein Name ist Lorena und heute ist das School Vlog. Heute filme ich meinen Orhythmiabschluss. Oui. Hi. Ich hab Sommerwollen mit. Nice. Ja, ich hoffe, es kommt nicht mehr hin. Was ist das? Der Baum kommt ja sehr schnell. Kannst du sagen, was wir jetzt machen? Üben? Übung macht den Meister. Bist du aufgeregt auf heute Abend? Ach ja. Nee, jetzt gerade noch nicht. Nein? Also ich glaube, wenn wir hinter den Soffitten stehen und dann, wenn man das Publikum hört, dann werde ich aufgeregt werden. Ja, natürlich. Ja. Aber schaffen wir. Freust du dich auch, Lavinia? Ich bin positiv aufgeregt. Positiv? Ja. Rhythmia ist ein großer Paar von der Waldorfschule. Ich zeig dir jetzt mal das Klavier oder das Piano. Der Flügel. Der Flügel. So krass. Ähm, wenn ich so ne, dann haben wir auch ein Lichtsetup. Okay, ich zeig's dir. Der Flügel. Der Flügel. Das ist extrem. Warum sind da so viele Menschen da? Du gehst auf! Es geht näher. Und dann mit der Krone aus... Wir sind kurz vor der Aufnahme. Wir haben gerade Viertel nach. Es fängt an. Viertel nach sieben haben wir gerade und es fängt um. 19.30 Uhr. Ja, es sind schon Leute auf der Bühne. Ich bin vielleicht für eine Übrülle über die Bühne gelaufen. Es waren Leute da, aber mir geht's gut. Ich muss keine Funktionen. Olivia ist gone. Okay, das ist mein Outfit. Cooles Outfit. Bist du aufgeregt? Ja, ich hoffe Max kommt. Es gab einen Sturm und Max auch tot. Aber wir hoffen, dass er auch so gut kommt. Ja, ich lende mal ein paar Bilder noch ein von dem Sturm. Ich hoffe, es geht allen gut, die da waren. Hoffentlich. Ja, weil da sollen ja voll viele Bäume in Wurzeln sein. Eine Freundin von mir wohnt halt auch da in Paraguay und die ganze Wohnung. Ja, aber so einfach untersteuert uns. Zu Hause war nichts. Überraubt nichts. Bei uns war vielleicht eine Brise. Ja. Oder so ein bisschen Donnergrollen. Ja, bei uns war gar nichts. Also ganz viel Mitgefühl zu den Leuten, die in ihren Sachen ewig hochgegangen sind. Und am Sturm. 主ab��, Gastdum. Ja, machen wir immer nur die Äşrem aber einfach nicht wieder. Überraubt nichts WeINT. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sind jetzt fertig mit dem Euridemieabschluss. Ich persönlich habe es sehr genossen. Ich bin auch richtig stolz auf uns. Abole den Kanal, lasst uns auf einen Hochschal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Who am I to disagree?